Guten Tag, liebe YouTube-Kommander, mein Name ist Hans und ich stelle euch etwas in einem etwas außergewöhnlichen Video auf meinem Kanal, die wie verschiedenen Möglichkeiten vor, wie ihr zum einen ETS2 bzw. ATS, also EUROTRAX 102 und American Truck Simulator, installiert, im Multiplayer spielen könnt und über ein Speditionsverfahren gemeinsam mit Freunden im gleichen Unternehmen arbeiten dürft. Das Ganze funktioniert natürlich bei beiden Spielen und ihr müsstet im Prinzip nur am Ende zwei Feinheiten möglicherweise nochmal verändern, ansonsten ist das deckungsgleich. Wichtig ist im Voraus, ihr müsst ein Windows 7, 8 oder 10er Betriebssystem haben und seit mindestens 13 Jahren, dass ihr euch bei Amazon Plattform anmelden könnt, das ist nur erstmal voraus wichtig und auf den Rest komme ich dann zu sprechen. Alles, was ich euch hier zeige, das findet ihr nochmal als Beschreibung, entweder auf meinem Discord, das verlinke ich euch alles in der Beschreibung, genauso wie ich auch die Speditionsanleitung für diese beiden Spiele nochmal Schritt für Schritt detailliert erklärt, mit den Links dazu und allem drum und dran nochmal als PDF zur Verfügung stelle. Ich werde im Prinzip auch nach dieser Anleitung arbeiten, aber ich werde es nämlich anschaulich erklären, damit ihr am Ende auch wirklich an alles rankommt und deswegen würde ich einfach sagen, legen wir los. Wenn ihr ETS installiert habt oder ATS besitzt, wie gesagt, selber. Also seid keine Schummeler, über FamilyShine funktioniert das nicht und Mods kann ich euch nicht garantieren, dass das dann im Online funktioniert. Stichwort Betrug oder eben Cheating, da achten gerade die Multiplayer-Plattformen wie Trucker, MP und Truckslok nochmal drauf. Nehmt dann euch nochmal ins Visier und wenn ihr da noch was installiert haben solltet, schaut bitte, deaktiviert es möglicherweise erstmal und guckt, ob das dann auch funktioniert. Ich kann keine Garantie geben. Was aber funktioniert, ihr könnt euch DLCs holen, ihr könnt also auf die Shop-Seite gehen und euch ganz normal die DLCs, die es gibt, hier eben mit bestellen, könnt ihr kaufen, entsprechend herunterladen und mit dem Spiel dann sozusagen in den Multiplayer gehen. Das funktioniert alles. Okay. Das Erste, was ihr machen müsstet, ist auf die Seite World of Trucks zu gehen. World of Trucks, das ist die Plattform, damit ihr überhaupt euer Spiel auch online nutzen könnt. Hierbei ist es wichtig, dass ihr euch anmeldet. Ihr müsst euch einen Account erstellen und das ganze System läuft über Steam. Macht es bitte über Steam. Wenn ihr das Spiel auch bei Steam gekauft habt, was natürlich vorteilhaft, also absolut vorteilhaft wäre, wenn ihr das über Steam habt, ihr könnt es alternativ natürlich auch hier nochmal online registrieren lassen. Wenn ihr dann euren Account könnt ihr in dem Sprechen nutzen, hiermit registrieren. Ich bin zwar schon registriert, da seht ihr jetzt diese Fehlermeldung, dass mein Account bereits, mein Spiel bereits bei einem anderen Steam-Account in Verwendung ist. Dann könnt ihr entweder, wenn ihr das versehentlich, zum Beispiel am selben PC, zwei verschiedene World of Trucks-Accounts habt, hier nochmal ändern, dann nehmt ihr den anderen Account. Ansonsten meldet euch ganz normal über, also Join Now, über World of Trucks dann mit euren Steam-Daten an. Hier mit meinem Namen in dem Fall, in meinem Passwort, kann ich dann hier drauf gehen. Und bin dann sozusagen angemeldet. Wichtig ist dabei, sollte es dadurch dennoch zu einem Fehler kommen, dass ihr bei Steam etwas eingestellt habt. Wie gesagt, ihr geht auf Steam, auf euer Profil. Dort auf Profil bearbeiten, Privatsphäre-Einstellung. Und dort ist es wichtig, dass eure Informationen zum Profil, zu den Spielen, also den Details der Spiele, öffentlich sind, beziehungsweise man eure Spieldauer sieht. Das ist dann eben wichtig, damit das Programm, was ihr dann installiert, von Truckers MP bis Trucks Lock, synchron arbeiten kann und eben auch eine Verknüpfung mit Steam herstellt. Eben um auch auf eure Daten zuzugreifen und so weiter erstmal. Und dass das Ganze natürlich dann reibungslos funktioniert. Bei Inventar und Co. müsstet ihr das jetzt nicht öffentlich stellen. Ich habe das jetzt gemacht, mir ist es jetzt an sich egal. Ich habe das schon ewig öffentlich gehabt. Da müsst ihr mal gucken. Es dürfte aber an sich kein Problem sein, wenn ihr das zum Beispiel auf Privat oder nur auf Freunde gestellt habt. Ja, soweit zumindest zu dem Profil. Auf der Seite World of Trucks. Geht ihr mal auf Profile Customation. Hier müsst ihr nur zwei, drei Sachen eintragen. Hier könnt ihr, wenn ihr das wirklich möchtet, nochmal eure regionalen Einstellungen ändern. Zum Beispiel wollt ihr das in Meilen oder in Kilometern angezeigt bekommen. Tonnen oder Pfund. Und das entsprechend dann nochmal für euer Spiel. Also Truckers im Meilenkontrack Simulator und Euro Truck Simulator 2. Dasselbe gilt für die Kennzeichen. Ich habe jetzt das mal im Beispiel von ETS 2 gezeigt. Deutschland habe ich in meinem Fall ausgewählt. Und irgendeinen Text eingegeben. Wir müssen natürlich darauf achten. Irgendwann hat das auch mal eine Grenze. Es ist ein Kennzeichen und kein Anschlagbrett. Ja, also haltet euch kurz. Und dann könnt ihr auf Upload bzw. Update immer drücken. Das ist dann wirklich kinderleicht. Die Seite aktualisiert das sofort. Vielleicht dauert das nochmal kurz, bis das ins Spiel übertragen wird. Gegebenenfalls, falls ihr das schon gestartet haben solltet, startet es nochmal neu. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Hier noch eure Region auswählen. Ihr könnt euch noch ein Bild hinzufügen. Uploaden. Achtet bitte auf Urheberrecht und so weiter. Also, da habe ich jetzt keine Erfahrung damit. Ich habe mir selber eins erstellt. Daher ist es in meinem Fall egal. Account Options. Nur kurz gucken. Ist euer Profil öffentlich. Also Haken, hier darf nicht drinnen sein. Und das eure Spiele, je nachdem, was ihr habt. Ich habe jetzt nur ETS 2. Solltet ihr das andere über einen anderen Account zum Beispiel haben oder über denselben und es wird nicht synchronisiert. Dann nochmal drauf gehen und anmelden. Dann müsste es funktionieren. Dann sind wir hier auch schon fertig. Bei World of Tracks sind wir fertig. Und dann kommen wir nämlich theoretisch als nächstes sofort zu Truckers MP. Truckers MP ist dann die Plattform, die ihr braucht, wenn ihr dann nicht nur im Singleplayer, sondern auch mit Freunden im Multiplayer spielen wollt. Also das reine Multiplayer-System. Nicht das Speditionssystem. Das kommt dann noch. Der reine Multiplayer. Dort müsst ihr euch ebenfalls registrieren. Ich zeige euch das jetzt nur nochmal, wie das dann aussieht. Das kann kurz dauern. Wie gesagt, wir haben jetzt März 2021. Möglicherweise sieht die Plattform ein bisschen anders aus. Und hier kommen jetzt nochmal die Punkte. Das ist dann für Truckers MP wichtig. Mehr als zwei Spielstunden. Besitze, wie gesagt, einen Step. Also ihr, weil es sich das Spiel, was ihr einstellen wollt, besitzt es. Aktiviert es bei eurem Steam-Account, falls es noch nicht geschehen sein sollte. Es wird eben nicht unterstützt über Piratenkopien, über andere Möglichkeiten und natürlich Family Sharing. Und eure Details müssen öffentlich sein. Das könnt ihr hier dann nochmal kontrollieren, wenn ihr das möchtet. Werdet ihr sogar direkt auf die Seite geleitet. Ich habe es euch mal gezeigt, wie das auf Steam-Server funktioniert. Hier müsst ihr euch ganz normal mit Steam anmelden. Sollte keine Kunst sein. Und hier könnt ihr euch dann... Ich melde mich jetzt mal nochmal an, dass ihr das nochmal seht. Remember Me. Ich weiß sowieso nicht, warum ich ausgelockt war. Hier müsst ihr dann im Prinzip nichts weiter machen, außer auf Download gehen. Ich mache das jetzt auch nochmal, dass ihr das wirklich seht. Ich öffne das Ganze dann. Ihr braucht das nicht entpacken. Ihr habt ja dann hier die Anwendung von Truckers MP. Die öffnet ihr. Startet sie. Weiter. Natürlich durchlesen. Dann, wie gesagt, immer in dem Original-Ordner speichern. Speichert es einfach da, wo ihr es installieren sollt. Denn das hilft dann ganz einfach bei dem Truck-Slog. Dasselbe gilt natürlich für ETS-2 oder ATS. Dass ihr das immer dort auf der Haupt-Festplatte installiert. Also, ich mache es am besten über dieselbe Plattform. Ich habe das zum Beispiel mal so gemacht, dass Truckers MP und Truck-Slog auf meiner zweiten Festplatte waren, auf der Festplatte E oder D. und das Hauptspiel auf der C. Und das hat dann nicht funktioniert. Also, ich glaube, festplattenübergreifend funktioniert es nicht. Installiert jedes Programm auf derselben Festplatte. In meinem Fall auf der Haupt-Festplatte der C. Hier könnt ihr euch dann auswählen. ETS-2 Multiplayer und oder ATS-Multiplayer. Ich nehme jetzt nur den ETS-2 Multiplayer. Installiert auch das. Hier werdet ihr nämlich gefragt, wo euer Truck Simulator 2 Spiel ist. Bei mir steht es schon drin. Wenn ihr es auf der Festplatte C habt, dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie ihr das findet. Ihr habt jetzt, wenn ihr ganz hoch geht, eure Festplatten. Die C. Dort sucht ihr Programme mal 86. Hier scrollt ihr bis zu dem Punkt Steam. In Steam gibt es dann auch wieder viele Ordner. Entscheidend ist ja bei nur Steam-Apps. Darunter steht sofort Come On. Und hier werden dann theoretisch, das kommt jetzt ganz drauf an, ich habe auf der C jetzt nur ETS-2 installiert. Hier könnten theoretisch alle Spiele stehen, die ihr installiert habt auf der Plattform. In dem Falle ETS-2. Und das reicht eigentlich dem Programm. Ihr müsst hier nicht weiter reingehen. Einfach hier OK und Next. Zum Schluss, gerne könnt ihr das noch machen. Ist jetzt aber nicht wichtig. Hier seht ihr das nochmal als Übersicht. Und dann könnt ihr installieren. Finish. Und wir sind jetzt eigentlich soweit, dass das Truggers MP hier auf dem PC ist. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Wie gesagt, ich installiere jetzt mal ganz schnell die Updates. Das kommt immer ganz drauf an. Die Plattform hat gelegentlich Updates. Wichtig ist natürlich, dass eure Versionen immer übereinstimmen. Dass ihr zum Beispiel eine ältere Version nehmt, mit der dann online geht. Oder sag ich mal, das ist auch manchmal auf der Plattform so. Wenn eure Version zu neu ist und das Programm aber noch nicht soweit war, die entwickelt ihr das nochmal auf die neue Version umzustellen, dass das am Ende dann nicht funktioniert. Also schaut immer nach, welche Version das ist. Das wird euch manchmal hier noch angezeigt als Fehlermeldung, falls es nicht die richtige Version sein sollte. Ja, jetzt startet das nicht. Kann ich euch sagen, warum? Weil ich so doof war und ETS 2 noch nicht geschlossen habe. Wenn nämlich ETS 2 Singleplayer noch läuft, funktioniert der Multiplayer nicht. Logisch. Warum sollte das Spiel auch zweimal starten wollen? Das ist nicht sinnvoll. Hier gehen wir wie gesagt zurück. Truggers MP. Launch ETS 2. So, eure Freunde denken jetzt, ich spiele ganz normal eure Truggers MP 2. In Wahrheit seid ihr in Truggers MP online. Und hier ist dann entscheidend, dass ihr euch hier mit denselben Accountdaten anmeldet, wie bei Truggers MP. In meinem Fall ist das immer dasselbe, mit der E-Mail und dem Passwort Login. Hier könnt ihr euch dann für einen der Server entscheiden. Ich weiß nach meinem Kenntnisstand, dass das hier die Server für die ETS 2 ist. Das hier ist zum Beispiel der American Truck Simulator. Und der Rest, je nachdem, ist erstmal nicht entscheidend. Wichtig ist zu wissen, US-Simulation, also die ATS, und eben die für die ETS 2. Ich gehe jetzt mal hier auf die 3. Das ist jetzt an sich egal. Wenn das hier kommen solltet, das ist normal. Das Programm ETS 2 stellt halt fest. Okay, das kommt dann auch bei dem anderen nochmal. Ah, da ist jetzt ein Programm, und das möchte ebenfalls hier noch was ändern, gegebenenfalls, oder hat noch was dazu gebracht. Da geht ihr einfach auf Okay und könnt hier auf Fortsetzen drücken. Das mache ich jetzt mal rein symbolisch, dass ihr das seht. Es meldet sich dann an. Es lädt. Möglicherweise steht dann nochmal hier irgendwie, das ist die Änderung jetzt akzeptiert, oder sowas. Falls nicht, seid ihr sofort im Multiplayer und könnt dann fahren. Ich gehe nur symbolisch rein, dass ihr das seht. Hier werde ich, wie gesagt, auf den Server geladen. Und dann seid ihr ganz normal im Multiplayer. Ich stehe jetzt zum Beispiel irgendwo in Berlin, brauche aber jetzt erstmal nichts machen. Ich kann natürlich jetzt hier natürlich nochmal ein paar Meter nach vorne fahren. Ich bin nämlich oben noch im Ghost Mode. Das reicht eigentlich auch schon. No Collision Area. Und dazu einfach dann beenden. Mehr müsst ihr in dem Truckers MP erstmal nicht machen, außer ihr wollt natürlich nur Multiplayer spielen. Dann ist für euch das Tutorial natürlich hier schon zu Ende. Für alle anderen geht es jetzt hier weiter. Ihr seid jetzt nämlich so weit, dass ihr das Spiel zumindest schon mal Multiplayer spielen könnt. Jetzt kommt noch dazu, dass ihr das Ganze natürlich auch mit Freunden über die Spedition laufen lassen wollt. Und hierfür braucht ihr dann das Trucks Log. Das ist die Plattform, über die das läuft. Ihr auch registrieren. Macht das, wie gesagt, mit eurer E-Mail-Adresse. Hierbei empfehle ich mir natürlich dieselbe, wie ihr sie immer habt. Eurem Nickname. Da habe ich jetzt natürlich, weil das bei mir gepasst hat, denselben genommen wie bei Steam, bei World of Trucks und Truckers MP. Das ist dann für mich auch einfacher. Ihr euren richtigen Vornamen und Nachnamen, das sieht man sowieso im Nachhinein nicht. Hier braucht ihr gar nichts eintragen. Ihr könntet zwar was eintragen, aber das ist jetzt hier keine Pflicht. Habe ich auch rausgelassen bei der Registrierung. Dann euer Passwort. Passwort wiederholen. Und dann seid ihr eigentlich auch an dem Punkt, gegebenenfalls natürlich eure E-Mail-Adresse bestätigen, über das E-Mail-Postfach bestätigen lassen. Ansonsten könnte ich jetzt mich hier nochmal anmelden. So sieht das dann immer aus. Ich melde mich hier nochmal an über das Login-System. Und hier seht ihr dann, dass ihr ganz normal auf dem Spieltrenner seid. So, jetzt seid ihr zumindest schon mal hier registriert. Um jetzt in der Spedition fahren zu können, braucht ihr zum einen den Klienten und zum anderen müsstet ihr natürlich euch auch eine Spedition suchen. Das System funktioniert ja auch dann nur so. Zum einen erstmal das Spiel installiert ihr, genau das Spiel, den Klienten installiert ihr über, über, über den Punkt über. So, und hier dann auf Download-Spiel-Klient Deutsch öffnen. Hier steht zwar, das ist jetzt noch wichtig, es funktioniert nur über Windows 8 und Windows 10. Ich habe das jetzt gemeinsam bei einem Freund ausprobiert und es funktioniert auch auf Windows 7. Ich weiß nicht, ob es da möglicherweise Kompatibilitätsprobleme geben sollte, aber es ist möglich. Und hier ist die Anwendung. Hier, wie gesagt, noch mal ganz kurz, bei jemandem, der nicht in der Firma ist, beziehungsweise in der Spedition ist, steht dann hier, ob ihr einer beitreten wollt oder eine gründen wollt. Das überlasse ich jetzt euch, was ihr dann macht. Okay, auf eurem Profil, das könnt ihr schon mal öffnen, das werdet ihr gleich brauchen. Ihr seid jetzt zumindest schon mal an dem Punkt, dass ihr das Programm, nachdem ihr es installiert habt, ausführt. Wählt eure Sprache aus, weiter. Ihr habt natürlich alles gelesen. Hier steht übrigens, das sind keine Lizenzankommen an sich, hier seht ihr nochmal alles, was ihr beachten solltet. Also, wie viel ihr pro Fahrt oder pro Kilometer bekommt, welche Dienstleistungen da zur Verfügung stehen, und so weiter und so fort. Das ist, sieht sehr viel aus. Es ist aber auch relativ schnell gelesen und es sind nur ein paar kleine Hinweise. Schaut es euch, wie gesagt, an. Da können viele Missverständnisse im Nachhinein schon allein durch das Lesen dieser Bedingungen wirklich vermieten werden. Das sage ich jetzt nicht, weil man das immer machen sollte. Hierbei ist es wirklich praktisch. Ich habe viele Freunde jetzt schon gehabt, die sich das installiert haben und die mir gesagt haben, warum funktioniert das nicht so und warum hat man da wieder mehr Geld oder hier weniger Geld. Manchmal sollte man einfach nur das hier lesen. Okay, weiter. Hierbei aufpassen, wenn es jetzt das Problem geben sollte. Ihr habt es euch schon mal installiert, wieder deinstalliert, installiert, deinstalliert und es funktioniert einfach nicht. Es startet nicht. Dann installiert es euch nicht im Hauptordner. Macht es da, wo ihr wollt. Hauptsache nicht in diesem Ordner. Ich mache das jetzt ganz, ganz einfach auf dem Desktop. So, da erstellt es auf dem Desktop nehme ich nochmal einen Ordner und da ist es dann drin. Also weiter, weiter. Das Buch haben wir dazu auch vorbereitet. Das kann ganz dauern, ist aber auch keine große Zeitinvestition. Und hier geht es dann auch fertig. So, das kann ich jetzt eigentlich hier auch schon mal schließen. Ich habe jetzt hier den Ordner. Den könnt ihr natürlich dann sonst wohin stellen. Ich stelle den jetzt neben den Papierkorb. Der ist nämlich alleine. Der braucht ein bisschen Gesellschaft. Trucks Lock Client. Den müsstet ihr jetzt natürlich starten. Das kommt bei mir zumindest immer. Wenn es bei euch nicht kommt, Glück gehabt, aber bei mir kommt, das einfach auf Ja drücken. Das kommt auch, wenn ihr das immer wieder habt. Das ist normal. Hier werden jetzt als erstes eure Daten abgefragt. Die wollen wissen, wo eure Spiele sind. Damit das dann das Programm natürlich auch weiß, an welche Stelle es das senden soll. Und wir gehen jetzt Punkt für Punkt ab. Euro Truck Simulator. Ihr wisst noch, wie wir das vorhin gefunden haben? Dorthin bringt euch auch das Programm wieder. Ihr erinnert euch an Come On. Bis zu dem Punkt, warum wir ja gekommen sind. Auch vorhin. Wenn ihr das selber suchen solltet. Euro Truck Simulator 2. dann auf Bienen mal 86 oder nee, mal 64. Entschuldigung, mal 64 und dann ETS 2. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Im Prinzip hätte es dasselbe auch ausgewählt. Wenn ihr es auf dem Haupt, auf der Hauptplattform, auf der Hauptfestplatte installiert hättet, dann würde das Programm jetzt automatisch das finden. Hier einfach nur ein kurzer, einen Linksklick, öffnen und es hat es gefunden. Dasselbe wird jetzt auch für das hier gelten. Hier trage ich jetzt erstmal nichts ein, weil ich nichts habe. Truckers MP. Dasselbe gilt auch für hier. Das findet ihr dann ganz normal. Ich habe es in dem Falle bei lokaler Datenträger. Programme, aber nicht mal 86, sondern nur Programme. Und dort befindet sich das Ganze eigentlich. Ich merke gerade, das ist nämlich der Fehler. Hier bitte nicht drüber machen, sondern so wie ihr es jetzt gesehen habt, nämlich nicht in dem Hauptordner, sondern hier. Und hier habt ihr das dann bei Wünscht ihr was? Na, ich suche es gerade. Oder war es doch so? Okay, okay, ich halte mich zurück. Dann ist das so. Dein Klienten-Key. Suchen. Und ihr seid wieder hier auf dem Profil, was wir euch schon von Funk geöffnet haben. Diesen Key kopiert ihr euch und fügt ihn dann hier ein. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr speichert die Daten und öffnet den Launcher neu. Das macht ihr dann von alleine und ihr seid soweit erst mal fertig. Ihr könnt jetzt alternativ, wenn ihr das möchtet, hier euch ein Farbschema auswählen, von Pink bis Schießmichttot. Da sind die Grenzen euch offen. Habt ihr keine Grenzen? Es ist viel dabei. Wenn das Programm mit euch dann redet, also ihr fangt ja dann sozusagen im Spiel an, das ist jetzt wie gesagt egal. Ihr könnt ja dann auf die Plattform klicken, auf diese Felder, die hier sind. Oder ihr klickt dann über Steam zum Beispiel, ganz normal auf euer Spiel. Bei Truckers & P habt ihr ja dann hier die Verknüpfung. Das ist egal. Das Programm akzeptiert das immer und synchronisiert das Ganze. Und dann fängt das dann auch an. Ich kann jetzt hier in dem Fall mal ein Spiel starten. Das ist immer mal so nett. Wir starten das Spiel wieder. So. Anmelden. Auf eine Simulation gehen. Wir gehen mal auf die 3. Hier wieder Änderung festgestellt. Einfach auf OK gehen und auf Bord sitzen. So. Immer die Welt jetzt wieder starten. Dann dürfte das Programm auch gleich was sagen. Aber stopp. Ich weiß nicht, ob ihr es dann hört. Ansonsten gehen wir noch auf Fahren. Wenn ihr das zum ersten Mal starten solltet, sowohl im Multiplayer als auch im Singleplayer, kann es sein, dass es kurz länger lädt. Das kommt ganz darauf an, ob ihr denn noch DLCs installiert habt. Das natürlich dauert entsprechend noch mal ein paar Minütchen. Oder Sekündchen hoffentlich nur länger. Hier in dem Falle. Ich starte jetzt das Fahrzeug nur. Ich fahre jetzt nirgendwo hin. Einfach nur, dass das Programm registriert. OK, ich bin online. Sobald es registriert, dass du online bist oder in dem Falle im Singleplayer, dass du spielst, dann weiß es Bescheid und registriert hier deinen Tank, Kilometer. Und wenn ihr dann eine Fahrt annehmt, dann eben die ganzen anderen Daten dazu. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Der Rest ist dann zum Beispiel petitionsabhängig. Wenn ihr euch Regeln gebt, seid einfach fair zueinander. Haltet euch an die Straßenverkehrsordnung. Hierzu nur drei kurze Regeln. Ganz einfach. Ihr habt unten am Navi immer eine Schwindigkeitsbegrenzung stehen. Ihr seht sie gleich hier nochmal. Ich fahre sie mal auf die Straße. Natürlich nicht geblinkt und alles. Wir fahren mal so ran. Ihr seht unter Navigation 50. Wenn ihr nur so viel fahrt, könnt ihr schon mal nicht viel falsch machen. Blinkt. Immer schön blinken. Nach links, nach rechts. Und haltet in der Ampel an. Mehr gibt es noch nicht zu sagen. Seid einfach nett zu den anderen Fahrern online. Im Singleplayer genauso nett zu der KI. Die tut euch nichts. Die ist ganz lieb. Manchmal ein bisschen nervig, aber das ist nicht relevant. Und das ist eigentlich auch alles. Da seid ihr dann hier auch bei Truckslog Anwendung neu starten. Das macht ihr dann selber. Und dann über die Plattform starten. Ihr müsst es aber nicht. Und damit seid ihr dann am Ende angekommen. Und damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt nun viel Spaß im Multiplayer oder mit euren Freunden in einer Spedition. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit auf YouTube hier in den Kommentaren melden. Ich versuche immer darauf zu antworten. Was gibt es Wichtiges zu sagen? Genau. Alles kommt in die Beschreibung. Mein Discord, den ich jetzt nicht groß anwerben möchte. Ich wollte nur zeigen, dass es da auch schon steht. Da findet ihr das dann auch. Und ansonsten kann ich nichts weiteres sagen. Also euch einen schönen Tag zu wünschen. Und vielleicht sehen wir uns eines Tages mal auf der Straße in Europa oder in Amerika. Bis dahin. Euer Hans.